Also was haben Sie denn für eine Vorstellung, was in unserem Grundgesetz steht? Ja, ich weiß genau, was drinsteht. 16a, Asylrecht, das gilt nicht für Menschen auf europäischen Gemeinschaften. Ja, so ein Blödsinn. Das steht drin. Nein, da steht im Grundgesetz steht, dass das 16a ist, ein individuelles Grundrecht. Und das muss jeder, das gehört den Menschen und das gehört nicht... Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer als Mitgliedstaat der europäischen Gemeinschaften einreist. Der Einstieg steht nicht in unserem Grundgesetz. Man muss schon das Grundgesetz noch zitieren. Also Sie behaupten jetzt, dass das Grundrecht auf Asyl... Das steht drin. Darf ich jetzt mal ausreden?